hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge arg wir sind immer noch mit hochdruck dabei unseren umzug vorzubereiten der muss nämlich spätestens in zweieinhalb wochen zweieinhalb wochen kann man ungefähr sagen vollzogen sei nicht mal mehr zwei wochen okay wie vorhin schon mal gesagt ach du packst hier gerade schon flint rein das ist ja krass da ruhig die steine und alles ist richtig krass oder hast du jetzt schon überall für steine also eine hat also in einer sind noch drei platz für stern oder das brauchen wir nämlich um unsere ganzen hüfen hier zu heizen da ist nämlich richtig viel metall drin und wir haben hier noch mehr metall was gebrannt werden muss und wir haben hier schon fertiges metall zwar das sind 6000 oder ja müssen 6000 sein und drüben sind noch mal 6000 ungefähr und damit werden wir bald anfangen metall foundations zu machen um ja um unsere base in der neuen base zu bauen base in der neuen base ja ich fliege aber auch mal kurz rüber und zeige euch und hier sind drei agentaris ex unter einem easy und ich kann so ok eine runde eier sammeln ich alle schaukeln eier sammeln aber wir sollten gar nicht mehr so viele sammeln vor dem umzug weil wir die halt alle rüber transferieren müssen und wenn wir nur ein quetzel haben ja ein paar getarbe sagen wir auch ein bonto die rechse ja wenn wir die alle in der großen umzug aktion da reinpacken und und dann kommt nicht wie wir es machen soll ja mit ein quetzel 100 millionen mal hin und her fliegen ja die müssen wir sowieso auch überlaufen ja das stimmt gut ich sammle jetzt auch nur die wichtigen eier ein der rest ist mir jetzt gerade relativ egal zack ja elo haben wir mittlerweile doch einige ja moment haben wir denn hier alles das wichtigste sind mir moment die gallimimus eier und die rex eier und wir können bald schon einen neuen quetzel zählen wuhu wuhu quetzel wenn wir mal einen finden einen guten ja level zwölf da irgend so einer liegt hier eh worum der liegt schon fliegt ok ich werde jetzt mal zu unserer neuen base fliegen um euch das schon mal zu zeigen ich mache jetzt aber mal kurz eigentlich mache ich das ja ungern view distance manchmal high und sky quality mache ich raus weil dann kann man besser sehen dann gibt es aber keine wolken und nix sieht eigentlich schöner aus wo muss ich denn jetzt hin ich habe mich verflogen eigentlich müsste doch wie kann man sich auf dem weg verfliegen hier ich habe es gefunden so und zwar sind wir hier angefangen oder müssen wir nachher noch ein bisschen abbauen unsere base einzugrenzen also hier wird unsere neue base sein da ist der nephew jay und zwar wird der oh hier sind ganz viele von diesen großen affen werden wir hier ganz lang bauen so zack 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 auf jeden fall ist das groß genug für unsere base erst mal erst mal genau und wir haben gerade schon darüber geredet neue map warhalla ausprobieren und bla 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 aber wir müssen erst mal wahrscheinlich noch ein jahr lang diese base hier weiter bauen damit wir ja nichts mehr hier zu tun haben gibt es eine neue map oder wie ja schon länger naja ja das ist eine fanmade map so und da jonathan uns jetzt weiterhilft kommen wir ja heute richtig weit hilf euch dachte ich so nee nephew läuft mit dem t-rex einfach nur rum wo bist du so zack jetzt sind wir wieder oh god leck wieder hier ähm soll ich mal anfangen äh Metallfoundation zu bauen damit wir da schon so einen Überblick haben oder nicht in ernst hallo hallo leute team team ich werde hier neeein das hab ich auf Video sollst du den Quetzel nicht schlagen ich werde angegriffen was hältst du jetzt von der Idee jo klingt gar nicht mal so schlecht na toll ich hasse dich trotzdem jetzt so wir haben hier nämlich jede menge Cementic Paste und die wird jetzt alle verbaut so ungefähr mhm so hä da hab ich rar geparkt aber bald wird Apophis auch äh richtig krass hier ach fuck wir haben ein Problem wieso? wir müssen erst eine Werkbank hier hinbauen weil ich will nicht das ganze Metall darüber schleppen ja dann boah eine ja mach ich jetzt auch ich muss nur gucken was die braucht wie wie heißt die Smitty? Smitty das war die Smitty 50 Steine 30 Wood ich hab glaube ich fast noch 30 Wood ich hab 29 Wood das ist jetzt nicht wahr das ist einfach nicht wahr äh kannst du nur der einfach so von ihrem Dino runternehmen oder wie? ich hab dir ein Wood abgegeben ich hab sie in den Schrank packt was? ich bin gerade hier schon draußen beim Baum ach so hier ist noch Alpha irgendwas direkt neben unserer Base was? Alpha Kranau Level 16 warte kürzlich kommen ich auch darf ich ihn nicht alleine töten? nee du musst Erfahrung abgeben wo bist du denn? unten? beim äh Richtung der Wiese hin dann kommt dieser Bergrücken Richtung also Richtung Strand hinter dem Bergrücken ok ich komm mit Rha der kann auch der will vertragen noch obwohl also hier was? ach so ich guck gerade bei mir ich dachte schon hä? da bist du hä? sind alle da? ja kannst du schon mal anfangen das dauert ja ewig aber haut er den einfach so weg das war wohl ich helfe ihm bist du überhaupt da bist du? da bist du ich will auch angreifen ey bleibst du da? ich oh der aggro die ganze zeit andere dinge irgendwo bag ich fest oh tronolol ich weiß woran ich fest bag ich wacke am pretzel fest an 3000 die los die hier um mich rum sind ich glaub gern macht den alleine aber jetzt kann ich weder äh ich versuch hier alles ich versuch hier alles abziehen ich wollte sagen irgendwas wirft mich hier ganze zeit in die richtung von dem oder sonst nicht fressen nicht fressen nicht fressen zu spät e.g warum? ähm die haben sachen im inventar die man nehmen kann äh hä? kriegt man die nicht auf wenn man die frisst? ne 1300 erfahrung das ist ja easy peasy der war ja richtig schwach wieder zurück so 202 ich meine den skil ich hier jetzt noch auf health erst mal so aber ich hab doch wenn ich andere viecher fress krieg ich doch manchmal auch items obwohl ich sie fress ja aber bei denen ist im inventar meistens dann trotzdem noch was ok noch mal 3 level ups fürs quetzel 4? ne 2 131 oder 32 äh was wollte ich denn jetzt noch skillen leute damage oder meinst du auf dein inventar? auf mehr ja äh gewicht bis zu welcher grenze? oder immer also ich hab das glaub ich auf 400 geskillt ja ich hab das bei 440 so äh kannst du auch fortitude skillen auf wie viel hast du fortitude? ich hab 50 fortitude geskillt ok und kein leben hoch oder wie? also nur auf 200 äh leben bin ich auf 210 gegangen ja ja leben kannst du dann auch mal irgendwann weiter skillens auf 300 ja jetzt skill ich mal eine runde fortitude ich hau dich erzwischen ne weil die muss hierzwischen fuck kommst du hier noch zu den bänken? ja ja es geht sogar noch ja weil äh dann kannst du besser hier hin und her ne sooo jetzt hör ja hast du lust auf metall farmen? können wir machen ich lauf wieder zurück ich dachte ich lauf hier so ein bisschen entlang mit dem raptor äh mit dem mit dem rex so dann hab ich den dem großen raptor und dann hab ich den dinger hier gesehen dann dachte ich geschickt den nehmen wir mit ja also die ganzen alphas sind immer erst zum xp farmen äh warum kann ich da hinten konnte ich über die mauer laufen aber hier nicht mehr wo? ja jetzt geh ichs wieder pfff hier über die mauer die eine hohe mauer ach so da 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 wie viele foundations soll ich erstmal machen? äh mach mal so 80 80 ok 8 x 10 hört sich das gut an ja 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 schätz ich weiß gar nicht wie groß das hier ist ist das groß genug? wenn wir alles voll klatschen mit Tresoren? 1 2 3 das ist mindestens 10 auf jeden fall tief unsere äh Feeding Dinger sind komplett leer ne? ja nicht so schnell es ist okay 13 x 7 ist das hier ach du scheiße wie viel ist 13 x 7? 65 78 91 ich bau 100 ich hab mir mal ein paar meijo bären oben aus dem kühlschrank geholt hier zum essen hier zum essen weil weil damit ich wenn ich jetzt mit einem Viech irgendwo hinflieg der auch was zu essen hat ach der verhungert schon nicht der verbraucht fast kein food am besten am besten übrigens packst du gleich alles was du im inventar also nicht in der schnelles und im inventar hast in den quetzel weil dann kannst du nachher beim ankylo immer take all vom inventory machen alles was ich im inventar habe ja dann kannst du wenn du den ankylo auslädst take all vom inventory machen das kann ich aber jetzt nicht machen oder? dann geht das schneller ne immer diese pro tipps so schauen wir mal wie viele metallfoundations dadurch gemacht werden können ähm metall 100 plus dann bräuch ich erstmal 100 gut was machen wir dann noch metall walls erstmal ich weiß jetzt nicht was zuerst ausgeht ah die metallien gibt es anscheinend die kann ich ja weiter rübertragen aber jetzt wird es komplizierter 200 oh die sind sogar zu schwer Moment haben wir hier einen so einen Müllschrank der hier bestimmt ne also eventuell kannst du den einen ich hab jetzt einen umfunktioniert als Müllschrank und ja pack dann die bären auch hier einfach rein die du im ding hast sonst hast du die auch ganze zeit im inventar kannst ja später dann nach dem formen reinpacken packen die frist auf der gator drauf ja wieso ach ne der frisst Fleisch ne der frisst keine bären der namen ist so geil finde ich feiert mich für den namen bitte richtig krass nicht doch hm namensvorschläge für die folge werden noch gesucht ich lauf grad hin und her immer mit einem stack metall ja warum baust du keine smithy weil die da nicht mehr hinpasst nein ich hab ja eine hier jetzt gebaut aber die steht halt nur neben einem Schrank und nicht neben dem anderen so ich weiß meine zuschauer werden mir gleich äh mindestens 20 tipps geben wie ich die sachen hätte besser platzieren können ich weiß aber ich hab's nicht getan leute no kriegst du noch was mhm ok die stelle hier ist viel zu krass einfach ewig farmen jetzt müsste es aber nur den ost sein oder ja wir müssen dann nachher auch wahrscheinlich farbe machen und so ne weil mhm äh man die metalltüren kann man kaum sehen zum beispiel ja warum die sehen denn aus so wie die wände achso nur mit so einem ganz kleinen mini griff dran ja das ist ja generell ein lernen von ark dass du die türen nicht siehst ja ja nur die die reinfraststores sind sichtbar ja die sehen auch hübsch aus als einzige so als extra türen ja so äh ich glaub metall muss ich noch ganz viel lernen metall doch muss ich lernen metall doch soll ich auch eine glas foundation das jetzt ein 100 100 hm soll ich eine glas metall doorframe und glas metall tür könnte man dann halt sehen ok wird gelernt ein kristall haben wir glaube ich eh auch ja muss ich gleich nur mal kurz ein dino holen und ein bisschen rumfliegen das können wir hier auch gleich da hinten gibt es sowieso immer ganz viel kristall ja bisschen was nehmen wir ja eh immer mit so brauche ich schon mal noch zwei dafür dann kannst du denn noch ich bin bald bin ich voll mhm mhm so jetzt muss ich auch oben in die äh glas mitti fliegen der peteranodon ist einfach viel zu schnell ach ich hab hier sogar glas was passiert eigentlich wenn ich eh drück während du mich trägst dann fällt der dino runter mhm dann solltest eigentlich nur du runter fliegen so den nehmen wir noch mit ich bin jetzt auf 1940 von 2479 ich kenne nichts mehr nicht? also du du warst ich bin zu hoch für den großen Dinger da jup so ich hab da noch mal so ein paar glas Sachen gemacht das ist halt das doofe hier weil ich nicht weiß ob du was kriegst also weil ich es nicht sehen kann kriegst du den schwarzen auch noch? ich krieg grad nichts so ich kräfte hier mal weiter jetzt? die Folge ist auch schon wieder zu Ende ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt let's play Ark tschau tschau lass einfach ausladen lass einfach ausladen die Folge ich kenne es nicht zu Ende ich kenne es ja nicht zu Ende ich kenne es ja das ist einfach ausladen ich kenne es ja es nicht zu Ende sich kenne das ist ja